hallo und willkommen meine freunde zu einer weiteren folge train live a railway simulator wir sind in köln zurück ihr seht wir haben 150.000 dann gucken wir mal was wir hier laden können ich würde glaube ich von hier wieder was laden und mal schauen wo wir was hinbringen können also wir könnten wir sollen köln farmen und sollen dann köln kornmühle wollen wir das ja doch wir nehmen das mal an dann reservieren wir das mal und dann gucken wir mal ob wir nochmal was köln haben aber eigentlich bräuchten wir dann nur zwei das reicht dann fahren wir jetzt zur mühle zur farm und holen unseren auftrag ab köln farm ja dann holen wir den auftrag ab freunde und dann gucken wir mal dass wir den zur kornmühle bringen wie gesagt wir haben ja immer noch vor dass wir hier unser köln ein bisschen pushen wobei das nicht so cool ist denn ja ihr wisst es ja halt stopp äh so jetzt wir haben ja hier immer viele baustellen und was weiß ich nicht was alles ne in köln deswegen so licht haben wir an sehr schön mal gucken ob wir hier rauskommen dann einmal bitte zu köln farm können wir eben schauen wo wir funken müssten wir müssten funken kölner hauptbahnhof gehen wir den schon rein ja station operator here what can we do for you've been given clearance proceed to entry danke schön da draußen ist zu kalt draußen ist zu kalt freunde bleib mal rechts an den kurzen aufträgen verdient man nicht so viel aber unser ziel ist halt köln köln pushen 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 ein zug nähert sich aber sollten wir ein bisschen langsamer machen wenn der sich nähert nachher müssen wir noch bremsen und dann stehen wir da bremst doch mal lieber runter wird der ölfässer geladen dann können wir jetzt aber gas geben die nacht die nachtfahrt nach köln wobei ist ja doof wir sind eigentlich in köln ich schätze mal so 90 pendeln wir so 1,85, 90 denn wir müssen eh wieder halten die nachtfahrt nach köln kommt 120 zuerst kommt der hauptbahnhof wenn mich nicht alles täuscht und dann kommt noch mal ein lager und dann kommen wir erst köln hauptbahnhof geht es wieder runter auf 70 wir waren kornmühle ich verstehe wir waren kornmühle fahren jetzt zur farm zurück und fahren dann wieder zur kornmühle also hoppen wir eigentlich immer hin und her das könnte guten mitarbeiter von uns mal übernehmen da wäre ich sehr für dass der hier im ruhrgebiet rum brettert und wir die ferntouren machen können fernverkehr ist doch immer besser für uns für grün blinkt das heißt es wird 120 boah wir haben 70 grad moment why manchmal ist die äh Signalführung ganz ganz bürr hier bestimmt wegen der kurve hier das war 70 grad so so ich wir haben hier die ich 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, wir sollten aber schaffen mit dem Treibstoff jetzt Köln fahren und dann zurück zur Kornmühle. Das müsste eigentlich hinhauen. Uh, runter mit der Geschwindigkeit. Runter, runter, runter. Wir sind gerade schon ein bisschen komisch gehübt hier. Da müssen wir jetzt aufpassen. Jetzt kommt erst mal 100, ne? Ne, 80. Aber manchmal verstehe ich es nicht. Jetzt fahren wir hier gleich Hauptbahnhof rein. Nächste müsste Hauptbahnhof sein, ne? Ja, normal schon. Da müssen wir jetzt langsam den Dom sehen, oder nicht? Zwei Türme vom Dom. Ah, wir sind zwei kmh drüber. Ich gehe mal runter ein bisschen. Da sind wir wieder normal. Wir werden jetzt natürlich die Geschwindigkeit weiter droppen. Ich gehe jetzt einmal ein Prozent höher, steigen wir wieder um zwei so langsam. Ja, und das ist ja hier unser Köln, ne? Diese liegen gebliebenen Züge sind einfach Katastrophe. Ohr-Zigna gilt nicht für uns. Ist jetzt tatsächlich alles gut, ne? Wir haben keine Funkwarnung. Müsste der auf dem linken Gleis stehen. Also unser Weg müsste frei, oder wir biegen vorher nur einen rechts ab. Würden wir denn vorher nur einen rechts abbiegen? Das kann ich jetzt noch nicht sehen, ne? Aber für uns ist kein Problem in Sicht. Ja, steht auf dem anderen Gleis. Das ist doch schön. So eine große Salzgitter ist bestimmt auch nicht schlecht, ne? Die macht da bestimmt auch was her. So, da ist doch... Ne, das ist der Scheibenwischer von mir. Wenn wir gleich zurückfahren, wird der garantiert noch auf den Gleisen stehen, der Triebwagen. Guck mal, da hinten sind die zwei Türme. Vom Kölner Dom. Das heißt, wir fahren jetzt Hauptbahnhof rein. Das ist mein Türmechen. Am halb drei die Nacht. Guck mal, trägt mal hier die ganzen Anwohner wach. Komm, aufstehen. Von mir vorbeigebrettert. Der möchte auch nicht wohnen, ne? Aber es sind bestimmt Büros oder sowas. Das heißt, wir fahren jetzt Köln Lagerhaus noch und dann sind wir fahren. Bis zum nächsten Mal. Ein bisschen langsamer werden hier, unübersichtlich Ich kann das so schlecht einschätzen Hier könnten wir jetzt schon stellen auf Köln Lagerhaus, ich glaube nicht Ich glaube wir müssen dafür raus sein hier Der will immer noch nach hinten Jetzt hat das Wo hätten wir überhaupt rechts gemusst? Ne ne Warte mal Doch wir fahren doch richtig Wollte schon sagen Halt, stopp, stopp, brem, 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 wir müssen ja noch anfunken, sonst kriegen wir Ärger Uh, da hätten wir fast das Anfunken vergessen Das wäre bitter, äh, böse geworden So, Abholgleis. Das wäre teuer geworden. Wir brauchen ein bisschen Konzentration, ne? Ihr sollt nicht erzählen und rauchen. Ihr sollt arbeiten. So, wo sind meine Waggons? Ich brauche die. War gerade zehn Stück oder so, ne? Zehn Stück mussten wir abholen. Und dann bremsen wir mal hier ab. Dann hängen wir mal hier auf die Gleisestellen. Hängen wir mal hier ran. Zehn Stück, ne? Sehr schön. Alles mit Getreide. Perfekt. Dann zurück. Ach, jetzt habe ich das schon wieder gemacht. Ich muss beenden drücken. Ich vergesse immer. Ich muss dieses beenden drücken. So, jetzt haben wir sie dran, ne? Okay, und wir sollen damit, jetzt habe ich natürlich wieder nicht gesehen, wo ich damit hin soll. Warte mal, jetzt gucken wir mal wieder, wo wir hin sollen. Aber ich meine, das war, wir sollten wieder zur Kornmühle zurück, ne? Da bin ich mir fast schon sicher, dass wir zur Kornmühle sollten. Wo ist mein, wo kann ich meine Aufträge sehen? Unternehmen zu. So, ja. Ziel Köln Kornmühle. Okay. Dann setzen wir da jetzt mal Kurs drauf. Das ist hier. Leider Bunsch. Kann ich drehen direkt? Ja, kann ich. Das ist schon mal sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, Freunde, gehen wir in der nächsten Folge ab Köln Kornmühle. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Und bye, bye.